hallo bitte freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen video zu einer kleinen info video und zwar wenn ihr wollt könnt ihr mir wieder fragen in die kommentare schreiben ja weil ich habe mir also gedacht komm ich schon ganz schön lange her weil ich zuletzt ich beantworte fragen video gemacht habt da dann mir so kommen kannst du mir ein video machen und ja also fragen in die kommentare ja dann wünsche ich euch noch ein schönes wochenende und ja tüten mein bitte freunde